Ja, und damit bekommt zurück zu Wingman mit Raph und mir. Hallo, wir sind schon wieder, wir kriegen den Hals wieder nicht voll, weißt du? Ja, jetzt ist es wieder. Ich weiß, wir kriegen wie du willst, oder Fabi carried und ich treff nicht. Ja, ich muss weiterspielen. Der kämmt im Warm-up, ey. Das hat aber schon weh. Ah, jetzt kommt der eine, weißt du, da kämmt der eine hart und der andere härter, oder was? Los! Was? Donatet mir bitte Geld, damit ich mir Duplots kaufen kann, danke. Hört mir nicht zu, er würde sogar noch nachvollziehen, woher die kommt und er würde das ganze versteuern, weil er beim Zoll, weißt du? Dein Geld, er kriegt genug, wir versuchen bald mehr als wir alle zusammen. Was? Ein paar Jahre. Stimmt. Einschließgehalt? Nee. Ist lecker, aber nicht... Das ist lecker, lecker. Ach fuck, das ist ja gar nicht mehr Aufwärmphase. Safer spielen wir. Safer 6. Benutzt Kondome, Leute. Warte Bock, Alter, jetzt wird er voll krass. Ja. Starke Rückströmung. Ja, hier ist ein Schild. Ah. Aufpassen. Los mit denen jetzt, wollen wir uns jetzt irgendwie langweilen? Einer Monster. Ah, na so leh. 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 Und die Pistels. Wir mögen uns nicht so. Naja. Da würde ich mich aber auch mal empfehlen. Ich würde mich aber auch mal empfehlen. Ich würde, dass wir wieder hochwertige Gegner kriegen, die wir wahrscheinlich knapp vernieren werden. Ah, ich glaube wir kommen richtig hart aus dem Maul. Das ist meine Vermutung. Okay. Kann ich nachvollziehen? Ich würde auch behaupten. Ich fühle mich halt nicht wieder rein. Ich war immer schon AK. Ich hätte sowas. Was? Gib mir einfach zwei Headshots. Scheiß P90, ich hab mehr Muni als ich eh. Das war meine? Alles klar. Das mach ich nicht nochmal. Hm. Ja, ich kauf mal. Ich hab Bock. Los, los, los! Moment, ich hab mit Kamp rein. Vielleicht nicht mit oben. Verdammt. Flowing Flashbang. Das war Lack. Kurz. 21 in 1. Ich könnte kotzen. Haha. Guck mal nach links. Wenn nach links kommt schreit. Ah. Nein. Scheiße. Ja, die Pose ist eigentlich. Ich hab. Warum kommt der denn nicht kurz ey? Warum smoke der überhaupt dahinten? Der Bob. Hat irgendwie funktioniert. Doch, man beide nicht, ne? Ja, genau. Es kommen beide. Los, los, los! Herr Vladimir. Puti. Okay, okay. Da ist Puti anal. Ja, genau. Die verlieren wir. Das ist klar. Bärchen. Lass dir einfach genau. Deine Frau. Lass dir einfach. Decken. Wo sind die? Guckst du kurz? Nein? Na gut, dann guck ich nicht. Deutschlandflage auf der Schulter. Schäm dich. Darfst du auch. Ein Wunder, dass sie mich immer erschließen. Komm doch gleich hier. Steht der gerade im Shit. Ich hole die mit meinem Traktor ab. Ich bin jetzt über die Kastom-Overlay für deine Streaming. Schau mal auf die Website-Adresse. Profile. Pick. Farming. Es ist legendär. Hey, wir stimmen. Wir haben eine Farming. Okay. Ja, einfach bannen. Warte, ich mach den mal eben weg. Moment. Boah, zwei Shot. Willst du mich verarschen? Ja, einfach nur warten. Boah, das ist so schlecht. Also ich nicht. Vielleicht doch wir. Okay. Jetzt geht's los. Haben sie keine Chance mehr. Jetzt sind meine Farmer's in die Hand. Dort. Der andere hat Monster geflasht eben. Das ist aber schon weiter, ja. Guck mal. Terrorists win. Ah, nehm ich. Ich frag mich, was der Typ sich gedacht hat, in einen Stream zu kommen, dessen Sprache er noch nicht mal spricht. Und Werbung für seine Designsachen zu machen. Los, los, los! Ja. Ja, da... Meinst du, da sind irgendwelche Bots? Ich hab gedacht. Fruing fire! Aber was für eine Ehre, dass wir uns auch mal finden. Incendiary out. Wenn er als Viewer zählt, nehme ich das gerne. Man, das sind solche schwitzenden Arschlöcher hier, ey. Was? Top short. What the fuck, man. Was? Top short. What the fuck, man. Das frühstücken gleich, ey. Unhit. We für eine Green Koche. Ei! Ach... Alter, was soll ich da zu sagen, Mann? Ich treff nicht mehr. Pusche mal. Pusche mal kurz. Ne, ich habe zwei Mal versucht. Komm her! Ich geh teich dir die Waffe hier. Damit drehst du alles jetzt. Pass auf. Ah, ok, alles klar. Gehe anders hoch. halt quasi fort kurz 33 hp und monster 98, würdest du mich verarschen? ja, okay da oben stehen, da kannst du schon halt überhaupt nicht abhängen naja nicht so, kannst du halt erst gehen wenn du auf den spot gehen so jetzt ist ja wieder pushen dran, dann krieg ich ja vielleicht auch noch mal ein kill ab du hast zwei punkte nur ja, ja was vor, oh, beim Barrels, what the fuck, alter natürlich derbe, ey mal punkte hab ich gehört, ich muss die Bombe nehmen, ey wenn du überhaupt bis dahin kommst, richtig richtig heaven ans Bombe legen ja, 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 das Fenster da oben immer noch? ja, ja, immer noch so inzwischen ja, ist das zu spät da ist ja, ich muss das ja, 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 ja du kannst das ja, ja ja ja, ja 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 Ich denk so, geh vorsichtig rein und mach sie alle weg. Kein Wunder, dass ich nur zwei Punkte hab. Die Bombe bringt Unglück. Nee, das komische Ding hier. 11-1. Durchstand geht ja noch nie da. Ohne, hat irgendwas zu scopen. Boah, Gott, Mann, nee, Pumpgun. Ja, da ist ne Pump. Boah, wo ist das, Alter, wo ist das? Hallo, ich bin... Junge. Ist nicht deine Map. Ja, die ganze Netze rum. Warum? Ich hab den Molly hier gesehen. Bei Trilux im Stream oder ich weiß nicht mehr. Ich glaub, der kommt. Oh ja, der ist, glaub ich, gekommen. Ich hab Kill. Bleib immer ein bisschen hoch, ne? Ja, du hast es nötig, weiß ich. Nein, du hast ja erst ein bisschen Killed. Versuche alles hier. Oh nein. Oh nein. Ich hab den Molly hier gesehen. Ich hab ihn mal eine coole Smoke zeigen. Wie lautet die gerade zu gucken? Da hin? War das jetzt ein Jump Throw oder war das ein Normaler? Ich glaub, es war ein Normaler. Ich glaub, es war ein Normaler. Ich glaub, es war ein Normaler. Jun. Was, ha? Was? Oh ja. War knapp. Punkte. Schade, warum krieg ich die ganze Sterne? Das ist ja voll sicherlich eigentlich, ja. Oh, das war unverdient. Oh, das war unverdient. 16, 2, 8 Punkte. OMG. Ja, ist klar. Komm, zeig mal eure Ränge. Rose runter hier. Doch, nicht? Jetzt. Immer. Oh, wenn man drauf wartet. Die haben keine Ränge, glaub ich. Ach, die haben keine Ränge. Was? Ja. Ja, mit dieser herben Enttäuschung. Und einem grandiosen Sieg. Ja. Tschüss. Raff, vielleicht noch letzte Worte? Nee. Nee, lieber nicht. Was soll man dazu sagen?